Auf Platz 3 ist so ein Evergreen, den ich schon ein paar Jahre höre, ist von Don Henley, Boys of Summer. Ich grüße die Leute, die das betrifft. Auf Platz 2 würde ich sagen, aktuell von der 187 Straßenbande, Marihuana, Sommerhit 2015, Klammer zu. Ich wünsche mir grundsätzlich auch so ein Dancehall-Album von Bones. Das würde einfach alles zerstören. Ich würde alles zerstören. Der Track ist einfach geil, diese Ignoranz und auch wenn meine Kifferjahre vorbei sind, bei dem Ding saß ich kurz da und habe automatisch mit den Händen schon so ein bisschen mitgerollt. Also es war auf jeden Fall ein sehr nices Ding gewesen. Auf Platz 1 würde ich sagen, aktuell fast das komplette Yellow-Wulf-Album. Ich würde mich aber für Tennessee Love entscheiden. 16 Bars TV heute mit Olic Selsch und Visavi. Schönen guten Tag nochmal. Schönen Tag nochmal. Schönen Tag nochmal.